Spaß für Kinder Junge, hab ich Hunger! Ich auch! Los, gehen wir was essen! Mittagspause! Hopp! Ich hab das System blockiert! Warum geht das Tor denn nicht auf? Oh, dauert das noch lange? Ich hab's eilig! Wo ist denn mein Koffer? Hey, warum geht das Tor denn noch immer nicht auf? Ich versteh das auch nicht! Das System wurde blockiert! Dauert das noch lange? Oh Mann! Liebe Fluggäste, beruhigt euch! Ich bin mir sicher, das Problem wird schnell gelöst! Am besten, ihr wartet gar nicht hier, sondern geht nach Hause! Und wir bringen euch dann später eure Koffer! Also gut! Ich hab heute Abend ein Konzert! Ich brauch meine Gitarre! Das ist wichtig! Komm, mein Schatz! Okay, Mama! Na also! Prima! Deck-Tarren-Koffer! So, jetzt kann ich die Koffer sortieren! Kein! Ich binνα, Mama! Dankeschön, Nicole. Was würden wir ohne dich nur tun?